es läuft so hallo und herzlich willkommen zurück zuletzt die trappland hier ist der robert der rote pink ja auch nein ich habe ihr versprochen dass ich zusammen mit noni die bonus eine zeige nur zur zeit erreichen kann und das warum braucht es ja ich habe ich gesagt ich bin den einfach noch mal als übung machen wir es jetzt so intro zu machen das ist jetzt aber ich schaff das nicht darum ist es schwer so hier ist erst der nur noch die zwei spieler mit zwei spieler sind gerne ja du kommst du da oben muss ich muss hier so druck kommt es bringt das stelle ich da einfach neben mich und springen dann nehmen wir hoch ja aber ich kann ja nicht mehr springen ich muss auf die tuff laufen so jetzt springt es einfach hoch und ich bringe so ein jahr so hier ist der erste bonus level und ich würde das richtig zum klick hat es gerade nicht meine fressen sehen zuschauer mensch das passiert mir immer wieder und manche bin ich einfach ein bisschen ganz kurz bloß und ja das können wir ja schon gut so ein wenig weg wir müssen zurück wir müssen zurück ab zu welt 4 es gibt mehrere multiplierser in 1 4 und 5 und der glückte in der hölle auch ich habe mich einfach 6 3 hier spielen da muss ich sein hätte ich sicherlich muss ich heiße durchspiel das genau da kann ich gar nicht kommt man zwar allein hoch also war gezeigt aber dann macht er weg doch dann macht er das ist jetzt geiler nach der lege geht auch allein oder danach der wird nicht jetzt bin ich eigentlich so gut und wieder hoch und wieder hoch und wieder hoch und wieder hoch nein jetzt möchte ganz scheiß noch mal machen weil ich du bin ich schaft überhaupt haben wir schon erwähnt dass du pink bist ja pink ist voll innen heutzutage ist wirklich jeder hipster trägt das erklärt dem pinken eulen die nicht in der hochgräse auf dem arm das ist auch nicht so schwer hochzukommen man müsste robert mal sehen er sitzt der start auf einem bildschirm und penetriert immer zum exakt gleichen zeitpunkt das ist schon die ersten und er hat sich mal nicht gesagt wird das ganze alleine machen locker das geräusch der säge verdammt ja das mache ich mal entschuldigung was das noch gemacht ich habe auch gesagt das könnte mal jetzt so als da ja wegen ich habe nicht mehr nicht der aus der sache sagte der schweizer vorne und herz gesagt wird er auch ja verdammt ok jetzt ganz ruhig so irgendwie die säge gibt ja nein nein bin ich dumm ich bin ein jetzt gerade geschafft weil es du springst in mich nein nein bin ich reiner von schlubs auch nicht auf mich auf die sprich weil wir gerade die fresse touch mit fast mikrofon geschlagen weil mit professionell auftaucht nach dem technik hat das ja alles nichts zu tun Daher zu sie umheizigen und hier geht's doch nicht mehr allein. Er hat sich so umheizigen, geht's ihm mal allein. Oh, meine Traufe! Wo geht dem Wohlan? Ähm... Ich undle. Okay. Als alter Top-Liner muss ich das ja. Blue... Blue Player? Two-player-Action. Ja, das muss ich jetzt eigentlich machen. Geht's noch ein? Hey? Bist er nicht... Hey! Ja, richtig gut! richtung zu laufen nicht draußen was passiert wenn du dich dahin legst nicht deswegen deswegen kann ich auch ich kann ja auch der steine nach oben jetzt der trappe also kann mir hinstellen ja richtig gut okay also auch vielleicht noch wir machen es okay wieso bisher nicht oben konnte ich behindert bin richtig gut mit dem stein natürlich nicht so und den erinnern und dahinten wo irgendwo sind block fresse klar ich hier ist der acht dass die sind auch jetzt oft gestorben nein bin ich dumm ich hätte mich auch fallen lassen müssen auch so dass die scheiße wo du mir man nicht anvertraut dass ich auf die verantwortung war das muss ich machen ach du musst einer muss drücken ich könnte drüber springen bis jetzt herr unten entgehen können du darfst jetzt erst dann ich wollte okay gut müssen nur sich schaffen ja ich bin außer ich habe die hölle allein geschafft robot hat noch ein level geschafft das ist gut richtig da sind genau noch so Prozent aus dem fressen ja ich weiß warum man nicht gibt was denn du musst nur rechts drücken in der luft nein auch was wir tun es ist so ist so schön okay ist doch hier nur die aus dem fressen und mehr ist ja hier nicht die aus dem wohnen die man sich hat die wollen unter den blauen das ist klar hier an der ecke direkt und diese fresse für die blöcke eigentlich geht ihnen so eine nase diese gezwert haussteht stülpt ja und ich tötet wenn du sie und sie ist okay und jetzt einfach nur rechts ja ist recht da ich hab nicht gehört ich dachte der Blot war einfach mal nach rechts gehönt Kopf hin nicht stacheln ohne dass da auch mit dem Frag ausreichend das ist wahrscheinlich auch keiner wie am Yitz ne grau doch ach da war der okay gut zu wissen doch gesagt genau auf der Ecke ich hab nur nicht zu ich hab mich zugehört wie guck ich denn alles guck ich wie guck ich aus sag mir jetzt mal Alter, das tut's knapp was machst du ja was hast du auf'n okay da ist noch einer nicht wo vorne ein ich weiß komm nicht vielleicht bin ich durch okay das ist immer mal auch noch das ist hier nicht schwer es kann nicht so schwer nein du hast mich getrapt verdammt trapland ich versuche schon mal hier durchzukommen ja ich versuche schon mal hier durchzukommen da muss man denn hin da unten links ist das alleine und rechts ist das wohl einer muss ich auf die knopf stehen das kann nicht machen das leicht ich kann auf Knöpfen stehen das habe ich schon gelernt das ist ein nicht töten scheiß Ding das ist ein nicht töten scheiß Ding das ist ein nicht töten scheiß Ding bei mir ich weiß nicht sexuell das brinnt das Vieh das ist die Brille das ist sexuell aber okay das war der Abstand vielleicht zwischen die sich etwas klein dein Vieh spürt warte 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 du bist da oben gerade mit dem Kopf in die Decke hier so ungefähr an der Stelle wirklich so wie ich so aus so wie jetzt soll ich in meinem Kopf sind also Eis wir machen doch Blut die Feuerwände das ja das ja das trifft mich nicht ne ich kann hier oben nicht ne dann war es eben so aus wir checken sie mir aufnehmen gerne klar schön ich will 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 du bist tut sehr geschaut ich bin schütt ich bin schaudt los denn ich habe es ausgesucht du bist aber das war doch hier der level ok was willst du machen das mit dem ding das ist noch drauf hier ist das ist das wo man immer in der scheisse ecke der stache davon profitiert ich hab's doch wenn jetzt eigentlich feuerwelle das muss ich so ich warte ich muss noch ein bisschen ich mach da will ich so ich versuche die karte zu stehen so ich trotzdem versuchen wenn es so ist wie es geht ich kann ja nicht schauen ich muss nicht sehr gebessert haben auch die stachelien verdammt ich muss schon nicht es hat doch einfach nicht klappen ich muss nur denken und du warst noch ein paar und dann diese sprung noch schafft ich hatte diese ok steht so das war das wo die kanon abgelenkt dass ja warum ist das so ich warte bereit jetzt nicht die kanon hat sich gekillt sondern ich darf feuerbaut dann kann ich noch alleine oder mich feuerbau aufbauen 321 herzen starten kommen wir sowieso jetzt hier das ist gut ich weiß es ist ein level so hier so und in die eine kugel fressen wollen oder mich nicht ich bin das letzte mal links langgegangen dass wir jetzt diese das wort Das ist doch ein schöner Level, wenn du das schon geschafft hast. Ne, hab ich nicht geschafft. Ich war ja am Ende. Ich bin aber nicht nach links gegangen, ich war einfach nach oben. Ich bin wieder der Bosti für 961. Ich mache nichts. Ohne Scheiß. Ich mache nichts. Ganz ehrlich, wir versuchen es doch. Man sieht es ja auch. Man sieht es auch. Ich habe mich hier hingestellt, mit einmal ging es einfach weg. Was war es vielleicht wegen mir? Was ist das denn da? Das ist, wenn ich mich auf die Plattform stellen. Ja, aber warum gehen wir denn nicht, wenn wir hier reingehen kommen 6.1? Ja. Das sind wir jetzt. Nein! Noch mal? Du darfst nicht auf die Plattform stellen. Das ist falsch. Ja, ich muss auf die Plattform. Ja, aber du musst auf die Plattform. Ja, du musst auf die Plattform. Ja, das ist nicht. Das kann doch nicht. Nein, dann geht doch auf die Plattform. Nein, dann geht doch auf die Plattform. Hätte ich nicht an der Fischse Katze. Warum? Nein, aber auch geht es, die Kanone war die Füße. Es geht nicht. Es geht nicht. Prozent wahrscheinlich sind sie gar nicht von aus ich habe es überhaupt nicht mit Prozent aber wir haben das doch schon mal richtig gespielt das war ja auch schon mal so dass wir die ganze Zeit weggebotet worden ja klar ich muss auf das Ding drauf jetzt geht's ich darf nur nicht von links oben nach an die Feuerbälle Lefeuerball, Alter, okay ich muss hier wieder aufpassen gleiche drauf du musst jetzt einfach nur noch schaffen so du bist ja durch ein block machen sechs das ist auch so eine Kante noch dran das ist einfach mich behindert die man zwischensprung obwohl ich es geschafft hätte und springen in den Laser ach so ich hab's übrigens nicht so mit Timing springen mal einfach französisch da bin bis auf alle Fälle sicher wir haben es aber jetzt wirst du weißt du was wir jetzt spielen müssen wie kann man denn da wir haben es geschafft wir haben den Level geschafft oh mein Gott und es waren genau 15 Minuten Aufnahme richtig gut richtig gut das haben wir ja das ist ja jetzt schon gezeigt oder? von dir? ja das ist so nicht schwer hier das ist wirklich nicht das ist gar nicht so schwer guck's dir an das ist wirklich nicht schwer das ging eigentlich auch noch ok dann haben wir jetzt an der Stelle auf macht's gut